Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Geeksy 2 German und von mir, Ninyoshi Tendo. Wir haben im letzten Video angefangen, die Grünsterne zu suchen und sind damit auch schon mal, naja, in der ersten Galaxie erfolgreich gewesen und haben dann, glaube ich, auch hier ein bisschen, oh, schon zwei Grünsterne geholt. Und ich würde vorschlagen, wir holen uns jetzt noch den dritten Grünsterne. Ich bin wie euer Ninyoshi Tendo und danke schön, dass ihr mich eingestellt habt. So. Kometenalarm. Grünsterne 3. Anwollen wir mal. T-T-T-T-T-T, wo war der? Der war auf jeden Fall nicht hier, das ist auch ja, muss man sich anschauen, die Sequenz. Wollte ich gerade überspringen, ging aber nicht. Na gut. Los, wir wollen spielen. Und jetzt geht's los. So, wie kommen die in der Galaxie? Ich weiß, wo der Grünsterne ist, da kann ich mich noch daran erinnern. Das will ich im Grunde auch immer. Also manche weiß ich noch und manche weiß ich nicht und das ist ganz wo einer, den weiß ich. und der war relativ am Ende der Mission fast gewesen. Das war auch gut. Pong. Seine Wiederholung auch gerade los. Ähm, zack, zack. So. Wir brauchen einmal Yoshi Power. Und nicht singen sollten wir. Und auch gut. Twitter, meldet mir grad. Ich hab grad ein Video veröffentlicht. Habe ich auch. Ist ja grad 15 Uhr. Und da kommen wir in der Regel immer das Super Mario XI 1 Video. Und es kommt grad... Hab ich grad irgendwie Yoshi verpackt? Oh, ich hatte Yoshi verpackt. Na egal. Und jetzt kam glaub ich... Ja, es kam grad der 45. Part. Und... Ja, deshalb... Ja, äh... Muss ich auch nochmal aufnehmen. So, soll ich ja jetzt sagen. Sonst habt ihr morgen kein Video. Und das wird nicht so schön. Dann machen wir hier weiter. Den, 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 den. Und ich habe euch eh viel Zeit davon, ja. Und, ja. Wochenende klappte irgendwie nicht so, hatte bestes zu tun gehabt. Hat gar mal so, auch hops. So sagen. Und da auch kein Yoshi verlor. No, ich... Na, also nicht. Na, ich will den mitnehmen. Ich will my Yoshi haben. So, hier geht's wieder hoch. Zack. Und, zack. Den nehmen wir mit. Wow, ein Stern. Der hat viel gegeben. Und weg mit dir. Ähm, der hat die Musik gemacht. Ja, gute Laune. Und weg mit dir. So, ach wie gesagt, wie gesagt, Leute, dauert es halt ein bisschen bis zum Grünstern kommen. Aber wie gesagt, ich finde die Grünsteine sind eine sehr coole Idee. Und, ja. Und das war ein bisschen knapp. Und, ja. Deshalb sammeln wir saun. Wir wollen ja 100% haben. Und, ja. Und da gehören die Grünsteine mal dazu. So, schön viel Grünsteine. Genau. Ganz viele Grünsteine. Aber, nee, das war es nicht so. Vielleicht kann man ihn schon erkennen. Da oben ist er. Habt ihr ihn gesehen? Also, ich hab ihn. Und deshalb werden wir da jetzt hingehen. So, Mittelpunkt. Und da ist er kein Mittelpunkt. Es ist ein Checkpoint. So, der weg. Hier können wir rüberflattern. So, weg mit dir. Und so geht es weiter. Aber die Musik verleitet. Oh, gerade mitzusehen. Das ist unglaublich. Wow. Oh, schade. Wäre so schön geworden, die Kombo. Also, die Kombo mit dem Springen und hier und da und hoch. So. So, weiter geht's. Nächste Station. Tot. So. Piranha Pflanze. So, habt ihr schon den Grünsteine? Ich höre ihn. So, und dafür müssen wir einfach hier und hier. Und so. Ich glaube, ohne Yoshi. Ich meine, da ging auch mit Yoshi. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wir haben den Grünsteine. Das ist das eigentliche, was erzählt. Aber auch schon wieder. Boah, fünf Minuten. Naja, nicht ganz. Aber vier, fünf Minuten gebraucht. Naja, gut. Ihr seht jetzt auch, die Galaxie bekommen jetzt eine goldene Krone. Heißt, das ist wirklich alles komplett. Da gibt es erstmal nichts mehr zu holen. Also, komplett nichts mehr zu holen. Und deshalb machen wir jetzt weiter hier. Na, das hört sich los hier an. Schüttelklapp-Galaxie. So, nochmal hier ein bisschen ausrichten. Gründenstuhl knatscht, knackt, 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 egal. Wer ist das wollte ich jetzt mal? Doch, knackt, ne? Ja. So, Grünsteine 1 in der Schüttelklapp-Galaxie. Wo ist der Grünsteine in diesem Bild? Ich glaube, man hat ihn gesehen. Okay, die sind hier, glaube ich, ein bisschen tricky, die Grünsteine. Und das werden wir gleich sehen. Ob wir es beim First Try schaffen oder es beim Second Try oder beim Third Try oder auch dann später. Werden wir jetzt sehen. Und zack, hier rauf und hier rauf. So, wären die noch schon. Da irren wir nämlich. So, ich muss mir mal überlegen. Wir brauchen ein Dreisprung. Und du musst weg. So. Ähm, ich glaube so. Ne, kann gerade nicht. Muss so. Autsch, hast du da nicht gut? Hm, wie kommt man da nochmal hin? Ich meinte mit einem Dreisprung. Das ist so von der Seite. Ich glaube, das wäre ganz. Ne, das war noch nicht gut. Okay. Gut, nochmal gerettet. Können wir mal das Leben hier einsammeln. Das wäre dann nicht so einfach. Ne, das war es nicht. Schade. Hm, aber wir sind knapp dran gewesen. Wir waren nur leider ein bisschen zu schief. Na gut, nochmal. Dann machen wir es halt nochmal. Es, es, hm, hm, hm. Hi, Gumba. Hi, Gumba. Bum, tot. Super. Ganz große Klasse hier. Mann, Mann, Mann. Das sieht aber auch so bescheuert aus, ne? Einfach, hi, Gumba. Bum, tot. Naja, gut. Hi, Gumba. So, das mal lässt mich nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Na komm, gehen wir hier weiter. Dankeschön. So. So. Okay, nochmal. Irgendwie, irgendwie kriegt er nicht den Dreier-Sprung hin. Hm. Jetzt. Perfekt. So muss das gehen. Und damit haben wir den Stern erhalten. Da ist ein Grünstern erhalten. Grünstern 1. Gut. Weiter geht es in der Schügel-Klapp-Galaxie. Denn da ist ja noch ein zweiter Grünstern. Und den holen wir uns auch noch hier nochmal. Sternteile mitnehmen. Perfekt. So. Schügel-Klapp-Galaxie. Ding, 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 so, so. Go-Meet-N-Alarm, go-Meet-N-Alarm. Schügel-Klapp-Galaxie. Grünstern 2. Dit, 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 dit. Ach, man kann es nicht überspringen. Mano. Wo sieht das immer wieder an schon? So, der letzte Grünstern, meine ich, war fast am Ende. Und der war auch nochmal ein bisschen tricky zu bekommen. Aber werden wir ja gleich sehen. Ob sich meine Behauptung auch, äh, in der Wahrheit darstellt. Ding, dit, 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 und Tiere war. Und hier hinten, so. Und zack. Dem brauchen wir nicht mehr den Grünstern. Machen wir mal hier ein bisschen Risiko. So. Und klappt das, das klappt perfekt. Klappt auch noch hier. Ich glaube, da können wir auch ohne Schütteln hier durchkommen. Wie immer, wo nicht ganz sicher. Aber es sieht halt machbar aus. Ah, ich weiß, wo der letzte war. Der war fies. Der war hier nämlich so bei den Kürttenhunden jetzt genau gleich. Ja, das werdet ihr nämlich jetzt gleich sehen. Irgendwo hier war der jetzt gleich. Ich höre ihn. Oh, da ist er, da ist er. Da ist er nämlich. Auch wieder mit so einer Dreisprung-Taktik. Da hier oben ist er. Und ja, jetzt haben wir noch das Problem. Jetzt haben wir noch Zeit im Nacken, weil Kettenunterhalt sind halt leider. Und ja, perfekt. Wir haben ihn. War doch gar nicht so schwer, wie ich es dachte. Aber gut. Was war Hammer? Du hast deinen grünsten alten grünsten rot zwei und Münzen. Gut. So, Schüttelklappermau durch. Dann geht es weiter mit der nächsten. Und zwar hier oben mit der hier. Mit Wirbelbauer-Galaxie. Also es geht hier auch ganz ratzfatz eigentlich. Eigentlich. Die Ordnung zwar trotzdem noch ein bisschen, aber wir schaffen, glaube ich, so zwei Galaxien in einem Video. Denke ich mal. Komplett. Kommt halt auch an, wo die versteckt sind. Hier war ein ganz lustiger. Und da muss man auch erstmal ein bisschen grübeln. Hier hört man schon die Melodie. Das Düdl-Düd. Aber das ist nicht der erste Grünschneid, den man da gehört hat. Da waren wir schon, glaube ich, der zweite. Und der erste ist ganz am Anfang. Ach, ne, ist aber nicht die Galaxie. Ich denke. Ach, hab. Ich hab nichts gesagt. Ich dachte gerade, eine komplett andere Galaxie hat. Ich glaube, das war die Brösel. Ne, nicht Brösel. Das war die Galaxie. Aber ich dachte halt gerade an die Galaxie, wo man zum ersten Mal diesen Roll-Mayo bekommt. Aber gut, das war die ja gar nicht. Okay, gut. Dann einmal bohren. Ach ja. Hm. Man, nie so erfolgreich. Dann immer hier bohren. Was haben wir denn hier so? Ah, perfekt. Richtig. Ja, springen hier nicht so rum. So, hui. Ich hab nicht ganz erschrocken. Also, bis auf einmal aufgetaucht. Aber ich brauche Hilfe. So. Daher geht's jetzt hier weiter. Oder vielleicht doch der erste Grünschneid. Ich hab nur Müll. Da zicklein soll ich sein, dass hier der erste Grünschneid war. Boah, voll doof, da wenn ihr keine Wand spielen könnt. Guckt euch das mal an. Das ist keine Wand. Boah, ist das böse. Ich glaub, das ist mit Absicht, damit man nicht da hochschumpen kann. Na ja, gut. Oh, da war auch noch einer. Ach, warte mal. Oh, 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 doof. Oder haben wir grad einen Fehler gemacht. Wartet. Dann müssen wir einmal getroffen werden. Oder wir machen jetzt immer die anderen Grünschneid. Wir haben jetzt mal die anderen Grünschneid. Okay, hier sind nämlich zwei Grünschneid. Grünschneid, ne? Ja, oder auch nicht. Ach, hier war die Kometenmünze. Ne, dann mach ich doch einmal einen Hit von dem Gegner. Hallo, danke schön. So, denn dann ist der Grünschneid, wenn ich hier. Und das ist eigentlich relativ einfach jetzt, den zu bekommen. Einfach hier drauf. Gehe mit einer lustigen Kameraperspektive. Und das und das. Ganz einfach. Das und das. Das wollte ich grad definieren als Rückwärtssicht. Salto mit einer Schüttelattacke. Genau. Ne, Wirbel. Wirbel. Wirbelattacke. Genau. Wirbel, Schüttel. Naja. Also, die Menschen müssen schütteln und mal jemand Wirbel. So. Aber da. Gut. Münzen, Sternteile, so vieles wiederhalten. Und weiter geht's. Mit dieser Wirbelbohrer-Galaxie. Ich glaub, der Bohrer kommt auch gar nicht mal so oft vor in dem Spiel, oder? Hm. 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 Naja, gut. Aber er kommt halt vor. So. Grünstern 2. D-d-d-d. Ach, man kann's nicht überspringen. Ich will immer wieder überspringen. Aber man darf es nicht. Rein theoretisch können wir halt auch mal die erste Mission auswählen, also den ersten Grünstern. Aber es gibt halt auch Grünstern, die sind halt in einer anderen Mission und dann bekommt man diese halt nicht. Deshalb wählen wir einfach immer den aus, wo wir, ja, welchen wir grad finden müssen. So. Äh, wir fangen jetzt hier nochmal an. Der Bohrer. Wo war denn hier der Bohrer? So, mir geht's doof. Wo ist hier der Bohrer? Ach, hier. Hier ist er. So, wir wissen, dadurch brauchen wir nichts. Da ist nicht viel. Sondern wir wirbeln uns hier durch. Genau. So, du sagst, ja, Freunde, bla bla bla. Nein, dankeschön. So. Gut, dann können wir den Planeten. Hier gibt's erstmal nix mehr zu holen. So, einmal, genau. Dann geht's einmal. Ach Gott, wie war das denn jetzt nochmal? So nicht. So, war halt nicht. So, also so. Genau. Und dann hier rüber. Und zack. Und, genau. Hier oben ist Nieser Luma. Ja, komm. Hör auf zu springen, Mario. Huch, wo bist du bloß her? Komm noch mit Lumas voraus. Na, dann wollen wir mal. So, und hier auf dem Planeten, die wir in Grün stehen. Da haben wir ihn auch schon grad ganz kurz gesehen. Er ist nämlich... Da, da sehen wir ihn. Ihn voller Schönheit. Ja, schmeiß weg, Mario. So. Das Fiese daran ist eigentlich auch nur, wir haben auch wieder ein bisschen Zeit. Also, ja, was heißt Zeit? Wir haben halt hier diesen, diesen, diese, ja, Plattformen. Und, nee, ich will hier nicht hin. Ich will da nicht hin. So. Wir wollen mal schauen. Äh, wir machen jetzt am schlauesten, klügsten. Äh, so ist doof. Wann ich richtig so? Nee, so nicht. Irgendwie. Hm. Nee, das war noch nicht richtig schade. Hm. Wir haben ja das damals immer gemacht. Ja, perfekt. Wohl ganz knapp war. Aber es hat gereicht. Und, Leute. Da bin ich vorschlagen. War es das ja auch schon. Wir haben gut was geschafft am grünen Stern. Und, ja, da bin ich vorschlagen. Da ist das von diesem Video hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Video wieder. Und wenn das wie heisst, let's play. Super Mario Galaxy 2 German. Von mir. Nenyaoshi Tendo. Bis dahin. Sage ich's schau. Euer Nenyaoshi Tendo. Ja. Ciao. Ciao.